Musik Christian ist hier bei Philips für die Musik zuständig, Spotify in jedem Raum. Fangen wir erstmal ganz groß an, für alle, die es noch nie gehört haben, was ist Spotify? Spotify ist eine App, die in Deutschland schon von 7 Millionen Nutzern genutzt wird, auf der man Musik zu jeder Zeit streamen kann. Das heißt, man sucht sich die Musik aus, auf die man gerade Lust hat, hat dann im Prinzip Playlisten, die schon vorgefertigt sind oder auch Musik, die man sich selber aussucht und die gibt man dann im Prinzip zu jeder Zeit, wann man auch immer möchte, auf seinem mobilen Telefon oder wie jetzt hier auf diesen Speakern wieder. Also eine Musik-Flatrate? Genau. Okay, so und was habt ihr jetzt dazu erfunden bzw. entwickelt? Genau, wir haben jetzt die Spotify Connect Speaker. Das sind im Prinzip Soundsysteme, die über WLAN verbunden sind und dann, wenn sie sich in dem gleichen WLAN-Netz befinden, wie das mobile Telefon oder eben auch ein Tablet, kann dann Spotify direkt vom Telefon wiedergegeben werden, ohne dass wir, wie üblich, uns bei Bluetooth-Geräten erst connecten müssen. Also dadurch, dass sie sich in einem WLAN-Netz befinden, kann direkt die Musik übergeben werden. Ich kann das mal ganz kurz demonstrieren. Aber gern. Sagen wir, wir hören schon Musik auf unserem Telefon, auf dem Weg nach Hause. Wir hören das jetzt über Kopfhörer und kommen nach Hause und sagen, genau das möchte ich weiterhören. Dann habe ich entweder die Möglichkeit, mir hier die verschiedenen Speaker auszusuchen, die jetzt verfügbar sind, oder ich drücke zu Hause einfach hier auf den Knopf und ich übernehme sofort die Musik und kann zu Hause weiterhören. Theoretisch könnte ich jetzt sogar mein Telefon ausmachen, weil im Gegensatz zu Bluetooth das nicht gestreamt wird, sondern die Boxen ja im WLAN verbunden sind und selbst die Musik von Spotify sich holen. Wenn der jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer ist und ich gehe in die Küche, könnte ich im Prinzip dasselbe wieder machen. Drücke einfach hier drauf und schon spielt der Speaker in der Küche das auch. Und das kann jetzt jeder individuell sich so einstellen, ob er in allen Räumen die gleiche Musik gleichzeitig hören möchte, ob er zum Beispiel, wenn er die Küche verlässt, im Wohnzimmer den Speaker wieder anmacht, dass dann in der Küche automatisch das wieder ausgeht. Das kann jeder individuell bestimmen. Ab wann gibt es die Geräte und was werden sie kosten? Also die Geräte werden höchstwahrscheinlich im November verfügbar sein. Der kleinere kommt mit 99 Euro auf den Markt, der größere mit 149. Das sind also auch sehr spezielle Preise, die nur ermöglicht werden durch die Kooperation direkt mit Spotify. Dankeschön! Vielen Dank!